Und besonders falsch ist es, die Bild-Zeitung zu lesen, Sebastian. Und damit kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, denn normalerweise versuchen wir hier nicht groß über irgendwelche merkwürdigen Bildartikel zu sprechen, aber der Bildartikel, der letzte Woche von Ursula Vielberg verfasst wurde und dann erschienen ist als Bild-Plus-Artikel, der ist dann schon erwähnenswert, auch für unseren kleinen Podcast. In diesem Bildartikel wird Klaus Vogt mehr oder weniger alles vorgeworfen, was man nur so finden kann, was aktuell beim VfB, ich würde nicht sagen schiefläuft, aber diskutiert wird, so kann man es, denke ich, mal zusammenfassen. Die Überschrift war, glaube ich, die Fehler des Klaus Vogt, oder? Die Fehler des Präsidenten. Ah, okay, dann nehmen wir das so. Und also, normalerweise, ich würde mir nie so einen Artikel kaufen, das kann ich schon mal sagen, habe mir den Artikel auch nicht gekauft, sondern illegal beschafft. Kann ich an der Stelle sagen, also verklagt mich Bild, da habe ich Bock drauf. Anzeige ist raus. Ich habe übrigens auch noch eine Rechnung mit euch offen, als ihr mein Video gegen meinen Willen einfach genommen habt, mein MV-Video und auf eurer Dreckseite gepostet habt. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen, also wir können uns dann vielleicht anderweitig einigen. Nein, Spaß beiseite, lassen wir den Quatsch raus und sprechen ernsthaft über diesen Artikel, den man dann doch vielleicht unter spekulativen Gefälligkeitsjournalismus einordnen darf. Es gibt mehrere Vorwürfe, die Frau Vielberg hier in den Raum stellt. Und wir werden auf ein paar Vorwürfe Bezug nehmen und fangen mal gleich mit dem ersten an, Sebastian. Denn Ursula Vielberg wirft Klaus Vogt vor, die Aufarbeitung der Datenaffäre käme nicht voran. Ja, das ist einer der Vorwürfe. Und da muss man natürlich schon mal sagen, und Sebastian, du stoppst mich, wenn ich was Falsches sage. Und ergänzt, wenn ich was vergesse. Das liegt natürlich zum Teil an Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sich plötzlich an nichts mehr erinnern können. Ja, und mehr oder weniger überraschend lange brauchen, um Unterlagen zu finden oder noch besser, deren Existenz leugnen. Ja, außerdem weiß man, dass die ESECON aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen nicht von jedem mit offenen Armen empfangen wurde, da unten an der Mercedes-Straße. Muss man schon mal so sagen. Also das haben wir ja auch schon in mehreren zurückliegenden Ausgaben angedeutet. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Partystimmung steigt, wenn ESECON endlich mal aufklären möchte. Da gibt es schon ein paar Leute, die offensichtlich keinen Bock auf Aufklärung haben. Dann wird in den Raum gestellt, dass die ESECON ja bislang mehr oder weniger nur eine Rechnung gestellt habe und sonst mehr oder weniger nicht allzu viel vorzuweisen hat. Und dann kann man es wieder so sehen, ja gut, vielleicht wurde eine Rechnung gestellt, aber wissen wir das, der Artikel basiert kaum auf Fakten. Da wäre es ja fast schon eine Überraschung, wenn ausgerechnet das mit der Rechnung stimmen würde. Und auf der anderen Seite kann man sagen, bezahlen muss der VfB am Ende so oder so, ob jetzt die Rechnung, weiß nicht, gedrittelt wird oder keine Ahnung, ob man sich da irgendwie darauf geeinigt hat, dass man erstmal einen Vorschuss leisten muss und dann am Ende nochmal einen Teil zahlen muss. Keine Ahnung, weiß ich nicht so genau, macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Der VfB muss so oder so bezahlen, ja. Und es ist, glaube ich, nicht so unüblich, dass man da erstmal so einen Anteil zumindest vorschießt. Sebastian, weißt du da genaueres? Da weiß ich nichts genauer, aber ich halte es mal für nicht unwahrscheinlich, dass Unternehmen dann zum Jahresende irgendwie eine Abschlusszahlung haben wollen. Und ich halte es auch für relativ offensichtlich, dass eine renommierte, sehr renommierte Kanzlei wie Esekon nicht für 40 Euro die Stunde arbeitet. Und dass da ein bisschen was zusammenkommt, zumal wenn es dann irgendwie so partielle Amnesie bei einzelnen Mitarbeitern gibt, finde ich jetzt auch offensichtlich, dass das halt so ist. Und in dem Artikel wird ja auch geäußert, warum man überhaupt dann so eine teure Kanzlei beauftragt, wenn doch schon der Landesdatenschutzbeauftragte ermittelt. Und da denke ich mir auch, naja, aber wenn man halt nichts machen würde und sich nur darauf verlässt, was das Land dann quasi macht, dann wäre das Geschrei ja auch wieder groß. Und ich denke auch für eine lückenlose und transparente Aufklärung ist das dann sicherlich kein schlechter Schritt, eine Kanzlei zu beauftragen, die so einen Job schon ein paar Mal gemacht hat. Und die dann auch mit wenig Rücksicht auf Verluste dann in der AG und auch im EV ermittelt. Ja, die ex-Henne-Kanzlei ist aus meiner Sicht der absolut einzige Weg, wie du sowas aufarbeiten kannst. Also du kannst jetzt nicht nur mit einem Datenschutzbeauftragten um die Ecke kommen, wie du schon sagst. Also ich weiß jetzt schon, welcher Artikel dann verfasst wird, beziehungsweise was dann in dem Artikel thematisiert wird, dass man eben nicht mit einem professionellen Unternehmen, sage ich jetzt mal, zusammenarbeitet, um das aufzuarbeiten, sondern sich dann auf, ja, eben den Landesdatenschutzbeauftragten verlässt. Und das wäre dann wahrscheinlich nicht der richtige Umgang für so ein großes Unternehmen wie den VfB Stuttgart. Genau, und externe Kanzlei ist dann ja auch nicht externe Kanzlei und da ist es halt dann vielleicht auch gut, eine wirklich externe Kanzlei zu beauftragen und nicht eine, in Anführungszeichen, externe Kanzlei mit Sitz in Stuttgart. Und dann gab es noch eine Äußerung in dem Artikel, da hieß es, Hitzesberger habe vor Wochen in einer Mitarbeitersitzung erste Informationen in Aussicht gestellt. Nun mussten die Mitarbeiter vertröstet werden. Da kann man sich natürlich auch fragen, was hat das eigentlich mit Klaus Vogt zu tun, wenn Thomas Hitzesberger irgendwelche Informationen in Aussicht stellt? Also, so, und dann wird daraufhin, oder anschließend darauf geschrieben, angeblich entsteht im Umfeld Unruhe. Wo ich mir denke, Alter, keiner wird unruhig. Was willst du denn eigentlich von uns? Alle wollen eine ordentliche Aufarbeitung. Und wenn das länger als elf Wochen dauert, dann ist das halt so. Aber ich habe von keinem bislang irgendwie mitbekommen, dass jetzt die große Unruhe entsteht. Jedenfalls nicht aufgrund der Dauer der Aufarbeitung, sondern eher, dass überhaupt was passiert. Das sorgt für Unruhe bei dem einen oder anderen. Aber nicht, dass es jetzt nach elf Wochen noch keine konkreten Dinge gibt, die man jetzt hier der Öffentlichkeit oder beziehungsweise Mitarbeitern vorlegen kann. Also, das ist halt einfach nur Bullshit. Das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, ob du da noch was beitragen möchtest zur Wahrheit zu tun. Nee, aber ich würde auch mal, das ist von mir eine reine Vermutung, aber ich glaube, diese kolportierte Unruhe, die scheint dann tatsächlich nur im Clubhaus in der Mercedesstraße zu herrschen. Weil die Mitglieder und die Fans des VfBs, die sind ruhig und die warten dann auch gerne bis Ende Januar. Die verlangen einfach nur eine transparente und lückenlose und zufriedenstellende Aufklärung dieser Datenaffäre. Ob die jetzt zwei oder vier Wochen länger dauert oder nicht, ist, glaube ich, uns relativ egal. Also, wir gucken da eher aufs Ergebnis. Und diese Unruhe, die im Artikel beschrieben wird, ich glaube, die herrscht nicht im Umfeld, sondern die herrscht eher dann bei den Mitarbeitern der AG. Okay, genau. Und der zweite Vorwurf ist dann, dass Rainer Mutschler noch weiter im Amt ist. Ihr erinnert euch, auch wir haben hier im Podcast schon gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Mutschler war Marketingchef, Projektleiter der Ausgliederung 2016. Selbst wenn er nichts, ja wirklich rein gar nichts von den versendeten Mitgliederdaten wusste, trägt er zumindest die Verantwortung, ja, also als Projektleiter. Und ich bin auch der Meinung, dass Rainer Mutschler eigentlich seine Ämter aktuell ruhen lassen müsste, bis, ja, eben eine Aufklärung stattgefunden hat. Und Klaus Vogt wird ja hier so ein Stück weit vorgeworfen, dass er Rainer Mutschler nicht rausschmeißt. Ja, also das kann ja wohl nicht sein. Der Präsident, der lässt das mit sich machen. Der Mutscher sitzt da weiter rum und kann rumfuschen. So in der Art wird das dargestellt. Da muss ich natürlich sagen, Vogt kann als Präsident dem Präsidiumsmitglied Mutschler nur nahelegen, dass dieser sein Amt für die Zeit der Aufarbeitung ruhen lässt. Ja, aber wenn Mutschler das ablehnt, hat Vogt keine Handhabe, um dagegen etwas zu unternehmen. Ja, also anders als im Artikel behauptet, schiebt Vogt hier keine Verantwortung weiter. Er erklärt es sogar und zwar leicht verständlich. Also ich verstehe hier überhaupt nicht, wie Ursula Vielberg auf die Idee kommt, dass Klaus Vogt dazu beiträgt, dass Rainer Mutschler hier vielleicht noch irgendwie Einfluss nehmen kann auf die Aufarbeitung der Datenaffäre. Und außerdem, Sebastian, muss man ja dazu sagen, hätte Vielberg das relativ leicht rausfinden können. Also man muss ja hier kein Sherlock Holmes sein, um da Informationen zu bekommen, weil die Satzung, ja, da guckst du einmal rein, dann wird das Ganze begründet. Und dazu muss man sagen, wenn man so einen guten Draht wie Ursula ins Präsidium des VfB hat, sollte das ein leichtes sein für Frau Vielberg. Also das kann man an der Stelle auch sagen. Vielleicht einfach mal bei den betroffenen Leuten direkt nachfragen, die können euch das wahrscheinlich dann erzählen. Also die Informationsflüsse sind ja da ausreichend gut, würde ich jetzt nochmal sagen. Vorwurf, aber klar kann man auch nochmal festhalten, dass dieser Vorwurf, der da formuliert wird, ja durchaus berechtigt ist. Also der EV, er prüft ja tatsächlich aktuell so ein Stück weit, inwieweit die AG verantwortlich ist für einen Datenmissbrauch. Weil die Daten gehören erstmal ursprünglich dem EV und missbraucht wurden sie dann weitestgehend in der AG. Und wenn du jetzt jemanden hast, der sowohl im EV als auch in der AG sitzt, dann muss man sich natürlich schon fragen, inwieweit er dann mit reinem Gewissen und mit voller Energie die Interessen des EV in die AG rein vertreten kann. Und insofern wäre es natürlich nur ein logischer Schritt, wenn dann Rainer Mutschler sagt, okay, solange das Verfahren läuft, lasse ich mein Amt mal ruhen. Ist nicht geschehen, aber ist tatsächlich nicht auf die Mist des Präsidenten gewachsen, weil er hat ja keine Handhabe. Ja, und es kann ja genauso gut sein, dass Klaus Vogt zu Rainer Mutschler gegangen ist und gesagt hat, Rainer, pass auf, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn du jetzt eben deine Ämter erstmal niederlegst für die Zeit, in der wir aufarbeiten. Und danach geht es halt weiter, aber es macht halt einen besseren Eindruck. Und wenn der dann sagt, nee, dann steht nicht der Präsident schlecht da, sondern Rainer Mutschler. Und allein, dass hier in diesem Artikel so getan wird, als ob Klaus Vogt damit dann irgendwas zu tun hat, ist einfach, das ist ja fast schon widerwärtig. Das ist vereinsschädigend. Und ich habe ja kein Problem damit, wenn Ursula Vielberg jetzt plötzlich Investigativjournalistin geworden ist und Dinge aufklären will. Aber warum will sie den Vereinsschädigen? Das ist ja wirklich nur widerlich sowas. Also, sorry, kann ich nicht anders ausdrücken. Vorwurf 3. Vogts Einstellung zur Investorensuche wäre verhängnisvoll. Also warum die verhängnisvoll ist, wurde nie direkt aufgeklärt. Also korrigiert mich, es wurde einfach nur gesagt, verhängnisvoll. Und Vielberg zitiert Vogt wie folgt. Das ist ja, also es geht jetzt um die Investorensuche, das ist ja Aufgabe des Vorstands der AG und nicht die des ehrenamtlichen Präsidenten. Natürlich würde ich mich freuen, wenn der Vorstand uns potenzielle Partner im Aufsichtsrat vorstellen würde. Grundsätzlich hat Vogt mit der Aussage recht. Und was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht, ja, Klaus Vogt hat in mehreren Interviews bereits darüber gesprochen, dass auch er mit möglichen, auch regionalen Partnern gesprochen hat. Aber aufgrund eben der aktuellen Corona-Pandemie ist es halt vor allem für mittelständische Unternehmer schwierig, aktuell Investitionen zu tätigen. Die sind da halt einfach zurückhaltend. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Also dazu kommt, dass der VfB grundsätzlich jetzt, sag ich mal, nicht der attraktivste Partner für Investoren in den letzten Jahren war. Das entwickelt sich ja jetzt erst wieder, dass der VfB mal eine gute Phase hat, wo es dann vielleicht auch mal interessanter wird für Investoren. Und ich kann echt gut nachvollziehen, dass man in der aktuellen Pandemie gerade als mittelständisches Unternehmen erstmal sagt, Leute, halt den Ball flach. Und wir sprechen uns dann vielleicht Ende 2021 nochmal. Und was ich jetzt sehr merkwürdig finde, ist, dass er genau das jetzt in dem Interview mit Ursula Vierberg nicht anspricht. Das wäre echt, also macht für mich keinen Sinn. Ja, sonst hat er darauf immer abgezielt und hat auch immer wieder gesagt, ja, hier, pass auf, ich spreche mit regionalen Investoren. Ich spreche dann auch mal vielleicht, oder man guckt sich auch andere Investoren an. Und das fehlt jetzt hier auf einmal beim Interview mit Ursula Vierberg. Das finde ich merkwürdig. Ja, gut, man weiß ja auch nie, ob das, was wir da lesen, genau das ist, was er so im Fluss gesagt hat. Oder ob da dann mal irgendwelche einzelnen Absätze rausgestrichen worden sind oder andere zusammengestückelt worden sind. Das ist ja auch bei der Bild jetzt nicht ganz unwahrscheinlich. Aber grundsätzlich zu einem oder anderen Betroffenen, der davon ein Lied singen kann, dass statt 15 Sätze nur noch zwei benutzt werden. Und die dann auch noch falsch angeordnet, sodass es dann für den Artikelverfahren behalten wird. Aber grundsätzlich ist es ja so, natürlich war Wolfgang Dietrich irgendwie derjenige, der da vorweggegangen ist bei der Investorensuche. Aber es ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des e.V.-Präsidenten. Ja, also wir hatten damals keinen Vorstandsvorsitzenden der AG, jetzt haben wir einen und es ist tatsächlich seine Aufgabe. Und wenn der e.V.-Präsident gute Konzepte hat, wie so eine Idee, er hält es für ein gutes Konzept, da kann man als anderer Meinung sein. Aber er hat ein anderes Konzept, das ist diese Mittelstandsbeteiligung. Dann ist es natürlich gut, wenn er auch auf der Schiene irgendwie Investoren sucht. Aber natürlich ist es grundsätzlich nicht seine Aufgabe. Und wenn sich der e.V.-Präsident dann hinsetzt und sagt, Thomas, mach mal, das ist nicht mein Job, dann hat er damit recht. Und du kannst es ihm einfach nicht quasi ankreiden, dass er bei der Investorensuche nicht erfolgreich ist. Denn es ist schlichtweg nicht sein Job. Und das finde ich die Krönung in dem Artikel, ihm vorzuwerfen, dass er etwas nicht macht, was überhaupt gar nicht sein Job ist. Also was ist denn das für ein Scheiß? Das ist genau einfach ein Scheiß. Und richtig merkwürdig wird der Artikel, als Vielberg versucht, mit einem weiteren Punkt aus meiner Sicht schon so einen Grund zu liefern, warum Vogt vielleicht gar nicht mehr zur Präsidentschaftswahl als Kandidat zugelassen werden könnte. Das werde ich jetzt konkretisieren. Also hier versuche ich, so konkret wie möglich zu sein. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, die Wahrheit ist immer konkret. Und dabei bleibe ich auch. Aber ich muss auch dazu sagen, nicht immer kannst du das Konkrete aussprechen, weil du unter Umständen Leuten damit schadest, die eigentlich das Beste für deinen Verein wollen. Ich kann jetzt hier schon mal konkret sagen, Frau Vielberg hat kein Interesse daran, dass der VfB in Ruhe hier arbeiten kann. Also der Artikel, ich sage es nochmal, ist vereinsschädigend. Punkt. Und die Leute, die dazu beigetragen haben, dass dieser Artikel erschienen ist, auch die verhalten sich vereinsschädigend. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Klaus Vogt und die Präsidentschaftskandidatur. Erstmal, die Darstellung, dass Vogt bei keiner weiteren Bewerberin am 18. März konkurrenzlos zur Wahl steht, ist nur die halbe Wahrheit. Der Vereinsbeirat muss Vogt erstmal als Kandidaten auswählen. Und theoretisch kann Klaus Vogt abgelehnt werden, ähnlich wie zum Beispiel Guido Buchwald 2019 oder andere, Friedi Miller, um die mal hier zu erwähnen. Also es ist ja, jetzt hat es einmal einen Podcast geschafft, Sebastian. Das stimmt, ja, Wahnsinn. Das rahmt sie sich ein. Nein, aber er ist halt nicht automatisch aufgestellt. Der Vereinsbeirat muss Klaus Vogt als Kandidaten auswählen. Und nur, damit man das auch nochmal ganz kurz versteht, es ist nicht so, dass der Vereinsbeirat, das sind ja aktuell acht statt neun, wir haben ja einen verloren, dass es acht Ja-Stimmen geben muss für einen Kandidaten. Es reicht eine einfache Mehrheit. Wenn es einen PAD gibt, also 4-4, dann entscheidet der Vereinsbeirat Vorsitzende, in dem Fall Wolf-Dietrich Erhard, wer als Kandidat zugelassen wird oder nicht. So, das erstmal vorweg. Vielberg schreibt, ob er, also Vogt, für das zweite Amtsjahr auch ehrenamtlich zur Verfügung steht, darüber will er die Mitglieder vor der Wahl im Dunkeln lassen. Vogt zu Bild, das würde ich nach der Wahl intern besprechen. Ob die Vereinsbeiräte da mitspielen, schreibt Frau Vielberg. Und das ist, wenn man sich mal überlegt, ja, wie dumm die meisten Bildartikel sind und wie wenig die auch Ahnung haben von Vereinspolitik und so, ist das ja fast schon hier, also das könnte, das kann man fast nicht glauben, dass das von Vielberg stammt. Ja, also gerade auch der Hinweis, ob die Vereinsbeiräte da mitspielen und so. Das klingt fast wie eine Drohung, nicht von Vielberg, sondern von anderen, ja, ohne da jetzt konkret zu werden. So, und da muss man sagen, wenn Vogt sich bewirbt, dann unter den aktuellen Bedingungen, und dazu heißt es aktuell, die nächste Amtsperiode als Präsident wird im Neben- oder Ehrenamt ausgeschrieben. Das heißt, ist, dass es durchaus auch mehr als eine Aufwandsentschädigung für den Präsidenten geben kann, ja. Und nicht jeder hat so viel Kohle wie Wolfgang Dietrich, ja. Und ich will auch nicht, dass nur noch Leute wie Wolfgang Dietrich Präsident des VfB werden können. Deswegen finde ich eine angemessene Bezahlung für absolut sinnvoll. Also die halte ich für absolut sinnvoll. Wenn das, wenn das, sag ich mal, dazu beiträgt, dass ein Präsident hier den Verein voranbringen kann und einfach dann vielleicht seinen eigenen Beruf oder sein eigenes Unternehmen ein bisschen vernachlässigen kann, ja, dann ist es doch absolut richtig. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, Investorensuche. Thomas Hitzesberger wird für diese Suche bezahlt. Klaus Vogt soll praktisch Investoren suchen und das neben dem, neben seinem Job noch machen oder wie. Also, weiß ich mal, da entstehen ja Kosten auch, beziehungsweise er kann sich nicht um sein Unternehmen kümmern, so wie es sein sollte. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und wenn das Amt des Präsidenten, als Neben- oder Ehrenamt ausgeschrieben wird, finde ich die Aussage, dass man das nach der Wahl intern bespricht, nicht verwerflich. Und er lässt hier überhaupt kein Mitglied im Dunkeln. Weil ich glaube nicht, dass die Mitglieder sagen, also wir wählen nur jemanden, der das ehrenamtlich macht. Das, so sehe ich es zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie du das für dich bewertest. Na, ich bin schon der Meinung, dass die Mitglieder am 18. März wissen sollten, ob sie einen hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Präsidenten wählen. Ja, es geht ja um nebenamtlich. Genau, also ja, also ob der es im Ehrenamt ausführt oder ob er dafür bezahlt wird. Ich finde, das muss am 18. März feststehen. Aber ich finde, das können wir auch mal sagen, weil genau dieser Absatz in dem Bildtext hat uns ja auch so ein bisschen irritiert, dass das dann irgendwie angeblich nach der Wahl im Hinterzimmer besprochen werden soll. und wir haben da auch mal offiziell angefragt und dem ist nicht so. Also die Mitglieder werden das vor der Wahl wissen. Und dann finde ich das völlig okay. Natürlich, wenn ich meine Stimme abgebe, möchte ich wissen, wähle ich einen Präsidenten, der das im Ehrenamt macht oder wähle ich einen Präsidenten, der das nicht im Ehrenamt macht. Und auch ich finde es völlig okay, wenn es ein Präsident ist, der dafür Geld bekommt. Der soll seinen Job bestmöglich machen. Und es kann ja nicht sein, dass irgendjemand, der der Präsident von 70.000 Leuten ist, das halt für lau macht, während nebenan irgendwelche Leute, Menschen in der zweiten Mannschaft des VfB spielen und dafür dann 5 Millionen im Jahr bekommen. Das kann ja schlichtweg nicht sein. Und insofern finde ich das völlig okay, wenn das Amt vergütet wird. Aber natürlich möchte ich es halt vorher wissen. Wo war es? In Mainz, glaube ich. Der Herr Strutz, der irgendwie auch offiziell irgendwie ehrenamtlich gearbeitet hat und dann kam mit der heraus, nö, nö, der hat irgendwie schon da relativ viel Kohle abkassiert. Also das möchte ich nicht. Aber wenn das vorher klar ist, dann habe ich damit gar kein Problem. Da bin ich ganz bei dir. Das ist ja kein Nebenjob wie Zeitungsausträger oder so. Es ist der Vertreter von 70.000 Mitgliedern. Und natürlich darf der auch angemessen vergütet werden. Da bin ich ganz bei dir. Ich sehe es halt auch so, Vogt hat schon im Wahlkampf 2019 gesagt, dass er nicht nur für ein Jahr Präsident bleiben will. Und es würde mich halt jetzt wundern, wenn er jetzt mit unverhältnismäßigen Forderungen um die Ecke kommen würde oder irgendwie was fordern würde, wo wir alle sagen, nee, also das kann es ja wohl wirklich nicht sagen. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich fände es halt dann schon ein bisschen schäbig, wenn halt ein Präsidentenjob, der bislang ehrenamtlich war, auf einmal ein Hinterzimmer in ein nebenamtliches oder hauptamtliches Amt umgewandelt wird. Ja, da bin ich bei dir. Das möchte ich schon gerne wissen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn das Präsidentenamt vergütet wird. Wie gesagt, das ist der Präsident vom größten Verein in Baden-Württemberg. 70.000 Mitglieder, das ist jetzt nicht irgendwie der Obst und Gartenbauverein Stuttgart-West oder so. Also das darf natürlich vergütet werden, aber ich möchte es halt vorher wissen. Ja, vor allen Dingen, Klaus Vogt weiß ja selber, wie der VfB aktuell wirtschaftlich dasteht. Und man darf halt nicht vergessen, das ist ja niemand, der von außen hier dazugekommen ist. Er ist Mitglied und zwar aus Überzeugung. Und wenn man überlegt, Vogt engagiert sich schon lange unentgeltlich für den VfB. Der ist ja nicht erst seit seiner Präsidentschaftskandidatur beim VfB aktiv. Als Gründer des FC Play Fair zum Beispiel wäre das aus meiner Sicht der größte Healturn seit Hulk Hogan's NWO-Stabil beitritt. Was denn erinnerst du dich noch? Die 90er. Du mal mit deinen Wrestling-Referenzen. Genau, Hogan kommt in die WCW und Kevin Nash und Scott Hall gründen die NWO. Hulk Hogan ist das überraschende Mitglied. Das war unglaublich damals, Sebastian. Da stand die Weltkopf, die Wrestling-Welt. Und nicht nur die. Das konnte man gar nicht glauben. Leute haben da bei der Polizei angerufen, weil sie dachten, dass Hulk Hogan, also dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, also nur um das mal hier klarzustellen. Und wenn Vogt jetzt sagen würde, ich mach's nur gegen richtig Asche, das wäre für mich vergleichbar. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das ist ja überhaupt nicht der Typ dazu. Aber das impliziert die Vielberg doch mit dem Scheiß. Das ist das, was mich so nervt. Die will, dass Leute, die null Ahnung haben, die sollen das lesen oder nachdenken, der Vogt A, will er Asche, B, spielt er nicht mit offenen Karten, erzählt es den Mitgliedern nicht und dann kümmert er sich um nichts. Der sitzt mehr oder weniger nur rum und macht einen Wink ausguss und kann umsonst ein Stadion. Den Eindruck will sie doch mit diesem Artikel vermitteln. Und das ist das, was mich so ankotzt. Und es gibt das Gerücht, dass der Vereinsbeirat Vogt nicht aufstellt. Das sage ich so gerade raus, wie es ist. Das Gerücht gibt es. Die Vereinsbeiräte sprechen hier allerdings, muss man dazu sagen, nicht mit einer Zunge. Es gibt da auch Gräben zwischen unterschiedlichen Leuten. Das darf man nicht vergessen. Also das ist nicht so, dass der Vereinsbeirat immer einheitlich auftritt und mit, oder daran kämpft, einstimmig die Dinge zu beschließen. Beim VfB hat die Einstimmigkeit, das wissen wir inzwischen, Tradition, da wurde immer alles einstimmig beschlossen, außer die Dinge, die eben nicht einstimmig beschlossen wurden. Die wurden dann zwar mehrstimmig beschlossen, aber dann protokolliert, dass sie einstimmig beschlossen wurden. Also das ist ja auch etwas, das mittlerweile durchgesickert ist. Wolfgang Dietrich hat sich da ein gutes Netzwerk aufgebaut, damals, muss man sagen. Und ich möchte da wirklich sagen, sollte der Vereinsbeirat Vogt nicht aufstellen, kann ich mir vorstellen, dass sie ähnlich, wie zum Beispiel bei Buchwald 2019, auch wieder mit dem Argument, des zu hohen Gehaltswunsches jetzt um die Ecke kommen. Schon damals gab es ja das Gerücht bei Buchwald, dass Buchwalds Wünsche angemessen waren und man eben nicht, oder man den Grund der zu hohen Forderungen nur vorschob. Also auch das könnte natürlich jetzt ein Grund sein für so einen Artikel, dass du einfach mal das Gerücht so in die Welt setzen wirst, der Vogt, der will Kohle. So, und dann kannst du dich natürlich hinstellen und später sagen, ja, wir hätten gern aufgestellt, aber das war natürlich, also wir sagen jetzt nicht genau was, aber in der aktuellen Corona-Zeit muss man sich das zweimal überlegen. So, zack, hast du schon das Gerücht in die Welt gesetzt. Und da möchte ich zu bedenken geben, es gibt einige Vereinsbeiräte, die wissen, dass ihre Zeit beim VfB abgelaufen ist. Wir haben ja auch schon oft über die gesprochen, die damals Dietrich den Rücken gestärkt haben, die noch flammende Reden gehalten haben auf der Abwahl-MV von Dietrich und ihre Redezeit missbraucht haben, um Wolfgang Dietrich zu huldigen. Ja, und die wissen, dass ihre Zeit im September 2021 abgelaufen ist. Die werden nicht wiedergewählt und die haben auch mehr oder weniger nichts zu verlieren und es wäre fast schon clever, ja, wenn sie jetzt jemanden ins Amt hiefen, der später dafür sorgt, dass sie irgendwo anders im Verein unterkommen. Das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Hier geht es nicht darum, was ist das Beste für einen Verein. Das ist das, was mich so ankotzt. Es geht hier manchen Leuten nicht darum, was ist das Beste für den VfB, sondern die denken darüber nach, was ist das Beste für mich und meine Zukunft beim VfB. Und ich sage nicht, dass sie dem Verein bewusst schädigen wollen. Die denken, dass sie so wichtig sind, dass sie beim VfB so unentbehrlich sind, dass sie alles dafür tun müssen, dass sie eben auch beim VfB bleiben können. Aber ganz ehrlich, das hat sich aus meiner Sicht bei dem einen oder anderen mittlerweile erledigt. Und deswegen bin ich auch weiterhin dafür, dass die Mitgliederversammlung 2021 zwingend auch 2021 stattzufinden hat und nicht verschoben werden darf. der Vereinsbeirat muss im September 2021 neu gewählt werden und auch das Präsidium muss 2021 neu gewählt werden. Es ist einfach Zeit. Ich bin der Meinung, dass man hier jetzt endlich mal aufräumt. Im Präsidium, im Vereinsbeirat. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich komme nochmal auf den Vereinsbeirat kurz zu sprechen, wenn jetzt zum Beispiel Wolf-Dietrich Erd im September 2021 abgewählt wird und Vogt amtierender Präsident ist, wenn der praktisch bestätigt wird im März, dann war es das für Wolfi beim VfB. Und gleiches gilt für Claudia Meintock. Und bei beiden wäre es absolut richtig, weil es halt einfach so wie es gelaufen ist, nicht in Ordnung war und es auch nie aufgearbeitet wurde. Und man kann das von außen betrachten, diesen Artikel und das eine oder andere Gerücht, was man so mitbekommt, durchaus als Hellmary einiger Vereinsbeiräte werden, was da aktuell abgeht. Und es wäre, wie gesagt, fast schon clever. Ja. Und Sebastian, auch das ist zwischen Vogt und Wolf-Dietrich Erd knirscht, das hört man doch, also ganz ehrlich, da brauchen wir keine Insider-Informationen. Also das erzählen einem mehrere Leute. Nö, da fährst du einmal mit Tempo 50 durch die Mercedes-Straße und dann weißt du das. Ja, und du siehst es ja allein schon an dieser eiligen Berufung von Meintock und Wenninger in den Linkungsausschuss, ja, zur Aufklärung der Datenaffäre. Was wollte denn er damit bezwecken? Der wollte Fakten schaffen. Und wenn es zwischen Vogt und dem Vereinsbeiratsvorsitzenden passen würde, würde sowas im Leben nicht passieren. Niemals. Das ist eigentlich der Beweis dafür, dass hier was nicht stimmt. Und das macht mich sehr skeptisch, dass auch grundsätzlich momentan Dinge hier in die Welt gesetzt werden mit diesem Artikel, die, ich würde so sagen, sehr, sehr merkwürdig sind. Und das ist ein extrem tendenziöser, merkwürdiger Artikel. Klaus Vogt wird immer, immer selbst bei komplexeren Fragen, ja, nur sehr kurz zitiert. Du hast es vorhin schon angedeutet. Ich weiß nicht, woher Vielberg die Zitate hat, ja, ob sie mit Vogt gesprochen hat, ob sie die Zitate selber zusammengebastelt hat, hat sie die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen oder verkürzt wiedergegeben. Fakt ist eins, ich habe bislang alle Interviews von Klaus Vogt gelesen, alle. Und in keinem, in keinem kam er so kurzsibig und schnippisch rüber wie in diesem, ja. Und Vogt achtet auf seine Außendarstellung. Der wählt seine Worte mit Bedacht. Für mich stinkt das Ding. Absolut. Das ist für mich vereinschädigender Gefälligkeitsjournalismus. Nichts anderes. Die Frage ist halt, wem sie hier mit einem Gefallen tut. Das weiß ich nicht. Da kann ich keine Spekulationen anstellen, möchte ich auch gar nicht. Aber das ist extrem merkwürdig, was hier abgeht. Das ist merkwürdig. Ja, ich meine, der beste Beweis dafür, dass das ja irgendwie Teil einer Agenda ist, ja, wenn dann ein paar Tage später ein Artikel in Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung erscheint, wo dann auch drinsteht, dass das kein Zufall ist, dass Justamente jetzt dieser Bildartikel erscheint und dass der vermutlich irgendwie aus dem inneren Zirkel, aus der Mercedesstraße irgendwie initiiert worden ist. Und wenn das schon in den Stuttgarter Medien steht, also aus dem Presse, aus dem Möhrringen kommt, dann, ja, ist es ja, also das hat man ja auch selten so klar gelesen, dann spätestens dann weiß man, okay, das ganze Ding stinkt irgendwie zum Himmel. Und ich habe abschließend noch ein Beispiel für Antworten von Klaus Vogt zu wichtigen Themen, die ihm auch wichtig sind. Und zwar hat Klaus Vogt auch der deutschen Presseagentur ein Interview gegeben, interessanterweise einem ehemaligen Kollegen von Claudia, von Claudia Vielberg, sage ich schon, das ist natürlich jetzt ein falscher Versprecher, von Ursula Vielberg. und zwar geht es da um Christoph Lothar oder Christopher Lothar, Christoph Lothar meine ich, der früher für die Bild aktiv war. Also Klaus Vogt hat sich mit ihm unterhalten und der Herr Lothar wollte Klaus Vogts Einschätzung über die aktuelle Situation des deutschen Profifußballs hören. So, jetzt hört ihr mal die ausführliche Antwort und vergleicht das mit den von Bild abgedruckten Antworten zu aus meiner Sicht ähnlich wichtigen Themen, vor allen Dingen aus Sicht eines VfB-Präsidenten. Also Klaus Vogt sagt, das Interesse nimmt ab. Es geht um den Profifußball, die aktuelle Situation. Das Interesse nimmt ab, das zeigen mir Gespräche mit Fans, Mitgliedern oder Geschäftspartnern. Menschen, für die das Feuer undenkbar gewesen wäre, kommen plötzlich auch mal ein Wochenende ohne Fußball aus. Seit Monaten hat der Fußball das, was ihn ausmacht, verloren, die Emotionalität. Aber Corona ist nicht die einzige Ursache dieser Entfremdung, sondern ein Katalysator. Es geht in manchen Bereichen des Profifußballs zu oft nur noch darum, so schnell und so viel wie möglich Geld zu verdienen. Das gilt es anzumahnen. Jetzt wo Merchandise-Umsätze gesunken oder Stadien auch in Zeiten der Teilzulassung nicht voll geworden sind, bekommen manche Vereine das zu spüren. Gehälter und Ablösen sind zu hoch, Wettbewerbe zu aufgebläht und durch Lostöpfe zu berechenbar, Wochen mit Spielen und TV-Übertragungen zu vollgepackt. In vielen Bereichen sollte wieder ein Gang runtergefahren werden. So. Und sorry, das reicht für mich schon, um Klaus Vogt wiederzuwählen. Allein, dass er sich hier so klar zu so wichtigen Themen äußert, ist für mich eigentlich schon, also das reicht für mich schon. Damit hat er meine Stimme und damit, da mache ich auch kein Hild draus, aber hier geht es auch nicht, ich bin auch kein Journalist, ja. Ich sage hier meine Meinung und ich sage es klipp und klar, dieser Artikel ist Bullshit und dieser Artikel ist wie gesagt Gefälligkeitsjournalismus widerwärtig, ist einfach zum Kotzen, wie hier von außen versucht wird, den VfB zu schädigen. Von außen und von innen, muss man sagen. Das ist echt, also, so, Sebastian, nächstes Thema oder willst du noch was sagen? äh, nee, ähm, nee. Kotzt mich an dir. Über nicht. U21, nee, es kotzt mich echt an. Ich will endlich, dass hier Ruhe ist in dem Laden. Das ist eigentlich das, was mich so nervt. Du siehst endlich mal von außen, wenn du als Fan drauf guckst, als Mitglied, dass hier einiges in die richtigen Bahnen gelenkt wurde. Dass du einen vernünftigen Präsidenten da sitzen hast. Einen Präsidenten, mit dem ich mich identifizieren kann, der, wie ich, Mitglied ist, der denkt, im Sinne des Vereins, der das Beste für den Verein möchte, ich bin mir sicher, wenn du zu Klaus Vogt sagen würdest, hey, Klaus, es wäre besser für den Verein, wenn du nicht mehr Präsident wirst, würde der sagen, okay, verstehe ich, ich gehe. Da bin ich mir sicher. Guck dir den anderen Typen an, der davor da war. Den musstest du fast aus dem Stadion prügeln, damit er sagt, ich höre auf. Weil es dem scheißegal war, was das Beste für den Verein ist. Es geht immer nur darum, was ist das Beste für mich, mich, mich. Jetzt hast du mal jemanden, der an erster Stelle den VfB stellt und dann kommen so scheiß Artikel um die Ecke und irgendwelche alten Zöppe kommen hier um die Ecke und wollen plötzlich ihren Posten verteidigen, indem sie jetzt vielleicht irgendwie einen Präsidenten ins Amt hiefen, der dann ihnen zu Dank verpflichtet ist und vielleicht dafür sorgt, dass sie dann in Zukunft weiterhin beim VfB weiterwurschteln können. Nee, das geht mir einfach auf den Sack. Lass doch einfach mal unseren Verein...